Führen uns die Ereignisse von Jurassic World Chaos Theory möglicherweise direkt in den neuen Jurassic Filmreihen in Jurassic Park 7 oder eben Jurassic World 4. Also den Film, den wir im Juli 2025 in den Kinos betrachten sollen können. Und es gibt tatsächlich einige Indizien, die darauf hinweisen, dass Jurassic World Chaos Theory überhaupt nicht mal so unwichtig für diesen Film sein könnte. Und da quatschen wir jetzt mal ganz kurz drüber in diesem Sinne. Fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video jetzt aber losgeht, will ich dir noch ganz kurz meinen YouTube Partner vorstellen, nämlich den lieben Mirko von Prehistoric Zone. Mirko ist ein leidenschaftlicher Sammler unter anderem von wirklich coolen, seltenen und zum Teil auch wirklich schwer zu beschaffenen Jurassic Park und Jurassic World Sammelfiguren, die er alle auf seinem YouTube Kanal vorstellt. Da Mirko und ich jetzt in Zukunft auf jeden Fall wesentlich mehr Projekte zusammen machen werden, unter anderem auch Podcasts, bestimmte Videos oder auch unseren Jurassic World Chaos Theory Livestream am 2.6.2024, würde es sich für dich auf jeden Fall lohnen, mal auf seinem Kanal vorbeizuschauen. Den habe ich dir mal da oben verlinkt. Lass auch gerne ein Abo da, wenn dir der Kanal gefällt und diskutiere mit Mirko über seine Sammlung genauso fleißig in den Kommentaren, wie ihr es hier auf meinem Kanal macht. Deswegen auch wirklich mal einen unfassbaren Dank an euch alle, dass ihr da so fleißig und ebenfalls auch so zuvorkommen zum Teil und ebenfalls berücksichtigend in den Kommentaren agiert. Gut, in diesem Sinne fangen wir jetzt an mit dem eigentlichen Hauptthema. Jurassic World Chaos Theory spielt jetzt ja offiziell nach Jurassic World Dominion, denn wir können ein bestimmtes Datum in der Serie erkennen. In welchem Darius, das war glaube ich die letzte Voicemail, die er an Brooklyn geschickt hat und da können wir das Datum erkennen, 2.8., es war zumindest der 8. Monat, also eben der August. Jurassic World Dominion allerdings endet im Ende Juli, geht noch so minimal ein Stück in den August rüber. Allerdings sehen wir dann auch in Jurassic World Chaos Theory, dass Darius im Hintergrund ein Kalender hängen hat, auf welchem September draufsteht und wir wissen jetzt also, okay, Jurassic World Chaos Theory spielt ungefähr einen Monat nach den Ereignissen von Jurassic World Dominion. Das Ganze habe ich dir auch schon mal ein bisschen ausführlicher erklärt, da habe ich dir ein Video dazu gemacht und das ist dir gerade mal da oben verlinkt. Schau es dir bei Interesse einfach mal an. Warum das jetzt wichtig ist hier in dem Video zu wissen, ist ganz einfach, dass Jurassic World Chaos Theory eine offizielle Fortsetzung zu den Ereignissen in Jurassic World Dominion ist. Und natürlich kamen dann die ersten Fragen bereits auf, auch von euch da draußen, wo es darum geht, okay, könnten wir die Noobla 6 möglicherweise in dem neuen Jurassic Film sehen? Ist Brooklyn möglicherweise die Antagonistin des neuen Jurassic Films? Ist sie vielleicht eine Verwandte von Scarlett Johansons Charakter? Könnte auch die Raptoren Lady irgendwie mit Scarlett Johansons Charakter verwandt sein? Und ja, Vorsicht, hier in diesem Video wird es jetzt zu Spoilern zu Jurassic World Chaos Theory kommen. Also ganz viele Fragen wirren sich dann da draußen rum und viele von euch schicken mir dann als Beleg oder eben als Stütze für eure Theorie einfach ein Bild von Ben's Van, wo er hinten diese Karte drin hängen hat und einfach alles miteinander verbindet. Und ich schaue mir das so an und denke mir, ja, ey, diese Karte kann ultra viel bedeuten. Also wir haben zum Teil Verbindungen von Hap zu diesen komischen Metallhunden aus Staffel 4 von Camp Cretaceous, rüber zu Louis Dodgson und ich denke mir so, ey, was? Keine Ahnung. Ben scheint aber tatsächlich so ein bisschen mehr zu wissen bzw. mehr Theorien zu haben, die wir vielleicht dann auch noch in der kommenden Staffel etwas mehr erläutert bekommen. Was in Jurassic World Chaos Theory allerdings relativ wichtig ist, sind zwei Dinge, die ebenfalls in der allerersten Episode angesprochen werden. Zum einen redet Darius hier über eine Notiz, die Ben in seinem Van hängen hat, wo es um fleischfressende Heuschrecken ging. Und ja, diese fleischfressenden Heuschrecken, die kennen wir aus Jurassic World Dominion. Da haben sie ja quasi für die Story an sich gesorgt. Dass die jetzt wirklich Fleisch fressen konnten, das wusste ich jetzt an sich nicht, weil es ging ja eigentlich nur darum, dass die eben die Felder leer fressen. Aber ich meine, na klar, es sind riesige Tiere, die werden natürlich auch dann kleinere Tiere fressen können. Und zuerst dachte ich, ja, das ist jetzt so der erste Anfang, dass Ben das so mitbekommen hat, dass es diese Tiere gibt. Und Jurassic World Chaos Theory, so dachten wir es ja da noch, spielt ja sowieso vor Dominion. Und diese Heuschrecken sind ja auch schon eine ganze Weile aktiv gewesen. Das erfahren wir auch im letzten Jurassic World Film. Die Sichtweise jedoch ändert sich jetzt, wo wir wissen, dass Jurassic World Chaos Theory eine Fortsetzung zu Dominion ist. Wenn wir dann mal weiter im Auge behalten, wie Darius auf die anderen Notizen eingeht. Er nimmt nämlich nicht einfach nur die Heuschrecken in den Fokus, sondern aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem, mir nicht ersichtlich Grund, nimmt er noch einen weiteren Zettel in die Hand und liest ihn vor. Und darauf steht etwas von geheimen Unterwasserlabors von Mentacorp. Die haben wir bisher noch nicht gesehen. Ebenfalls wird darauf nicht eingegangen, ob diese geheimen Unterwasserlabors von Mentacorp auf der Mentacorp-Insel sind. Sehr wahrscheinlich aber nicht. Denn Mentacorp wird genau wie Ingen oder eben auch wie Biosyn noch mehr geheime Stützpunkte oder eben auch Lager oder eben Forschungsstationen auf dem Festland haben. Was hat das jetzt aber mit dem kommenden Jurassic Film zu tun? Naja, die Informationen zum kommenden Jurassic Projekt sind ja relativ spärlich. Wir wissen jetzt ungefähr, welche Schauspieler mit dabei sind. Wir wissen, wann der Film ins Kino kommen soll. Wir wissen, dass der Film ungefähr jetzt im Zeitraum mit dem Dreh beginnt. Also, dass die Crew mit dem Dreh zum Film beginnt. Ebenfalls wissen wir aber noch, wo der kommende Film spielen soll. Zum einen haben wir Thailand als Inselfeeling-Setting von Gareth Edwards genannt bekommen. Ob die Insel jetzt wirklich wieder die Isla Nubla oder die Isla Sorna mimen soll, das weiß ich nicht. Ob sie jetzt hier die Mentacorp-Insel sein soll, das bezweifle ich mal ganz stark. Nein, viel wichtiger ist das zweite Set, was wir uns hier anschauen sollen. Denn Set Nummer 2 steht auf Malta. Und wir haben uns am Anfang ja gedacht, ey, die nehmen jetzt wieder Malta als Setting, weil die ganze Nummer spielt ja auch nach Jurassic World Dominion. Das heißt, wir werden bestimmt den Schwarzmarkt wieder in irgendeiner Form einbauen. Und dann bekommen wir dieses ganze, ja, den Schwarzmarkt fand ich eben einfach nicht cool. Allerdings wurde auch darauf später nochmal eingegangen, nein, der Grund, warum wir erneut auf Malta sind, warum sich die Crew auf Malta befindet und dort den Film dreht, sind Unterwassertanks. In diesen Unterwassertanks sind sogenannte Unterwassersets aufgebaut. In welchen nicht einfach nur schon andere Filme gedreht wurden, nein, diese Unterwassersets gelten weltweit als die am fortschrittlichsten gestaltetsten. Und einfach die besten Unterwassersets weltweit. Dafür sind diese Unterwassersets auf Malta bekannt. Ihr wisst, worauf ich jetzt hinaus will. Wir erfahren aus irgendeinem Grund, total ohne Zusammenhang, dass es noch Unterwasserlabors vom Mentacorp gibt. Wir sehen diese Unterwasserlabors allerdings nicht. Das heißt, wir bekommen hier ein Foreshadowing. Ein Foreshadowing, aber auf was? Ein Foreshadowing auf etwas, das die Staffel uns hier noch nicht zeigt. Wir haben also jetzt zwei Optionen, was es damit auf sich haben kann. Entweder wird sich diese gesamte Mentacorp-Unterwasser-Labornummer auf Staffel 2 von Jurassic World Chaos Theory beziehen. Oder wir haben hier tatsächlich den allerersten Teaser bekommen zum kommenden Jurassic-Projekt. Und ja, wartet mal ab. Wir sollen jetzt ja diesen Juno um den 8.6. herum den offiziellen Titel endlich veröffentlicht bekommen. Und das könnte irgendetwas sein von wegen Jurassic Ocean oder irgendetwas in dieser Hinsicht. Von mir aus auch Jurassic Islands oder etwas. Auf jeden Fall dreht die Crew ja in diesen Unterwasserlabors den kommenden Jurassic-Plot. Und ja, ich verstehe, wenn ihr jetzt vielleicht sagt, Tobi, das widerspricht aber so ein bisschen dem, was du uns schon mal erzählt hast, dass der kommende Jurassic-Film ja keinen Bezug mehr auf die Filme davor nehmen soll. Das stimmt tatsächlich auch. Das wurde zumindest so von David Köpp angepriesen. Zum einen würde es ja immer noch stimmen. Wenn wir Bezug auf die Serie Jurassic World Chaos Theory nehmen, würden wir ja nicht zwingend mehr Bezug auf die Filme nehmen. Ich meine, Jurassic World Chaos Theory selber nimmt nicht wirklich Bezug auf die Filme. Außer, dass eben einmal ganz kurz die Heuschrecken erwähnt werden. Und ganz ehrlich, das wäre auch nicht wirklich das Bezug nehmen auf ein anderes Franchise. Der kommende Jurassic-Film will sich ja komplett von allem anderen loskapseln und etwas ganz Eigenes erzählen, ohne permanent irgendwelche Referenzen dann schon vergangene Ereignisse zu bilden. Das heißt aber trotz allem nicht, dass die anderen Projekte, wie vielleicht auch noch Chaos Theory Staffel 2, dass die Referenzen an das, was noch kommt, also sogenanntes Foreshadowing, zukommenden Projekten betreiben können. Je nachdem, wann Staffel 2 von Chaos Theory jetzt erscheinen soll. Und das wird nicht mehr dieses Jahr sein. Ich habe von zwei Leuten von euch dann Nachricht bekommen, ja, hast du mitbekommen, dass im September Staffel 2 rauskommen soll? Auf gar keinen Fall. Die werden nicht zwei Staffeln in einem einzigen Jahr veröffentlichen. Das heißt, wenn Chaos Theory Staffel 2 nächstes Jahr möglicherweise noch vor Juli erscheint, was ich auch nicht glaube, dann könnte dieses Foreshadowing tatsächlich einfach nur auf Staffel 2 gemünzt sein. Allerdings könnte dann ebenfalls Staffel 2 irgendwie weitere Referenzen zu den Ereignissen in Jurassic World 4 bilden. Wir haben auf jeden Fall diese zwei, wie ich finde, sehr auffällig zusammenpassenden Hinweise. Wir haben einmal die Unterwasser-Sets auf Malta, die jetzt eben benutzt werden. Und wir haben Darius, der total willkürlich zwei Notizen vorliest. Eine von einem Film, der bereits passiert ist. Und dann eine andere Notiz, die einfach keine Rolle mehr spielt. Wo es um Unterwasser-Labors von Mentor Corp gibt. Das wäre vielleicht noch ein Punkt, der gegen meine Theorie spricht. Mentor Corp. Man müsste Mentor Corp kennen, um das so machen zu können. Und wenn sie im kommenden Film Unterwasser-Labors von Mentor Corp einführen, würden sie vielleicht doch wieder zu starke Referenzen auf die Projekte davor bilden. Da müssen wir einfach mal abwarten. Ich meine nur, weil sie gesagt haben, wir werden die anderen Filme mehr oder weniger ignorieren. Wir haben auch gesagt bekommen, Jurassic World Dominion wird sich anfühlen wie Battle at Big Rock. Und das war ja auch gelogen. Aber vielleicht sind die Unterwasser-Labore von Mentor Corp tatsächlich ein essentieller Teil der zweiten Staffel von Chaos Theory. Und die Ereignisse dann dort führen aber mitunter zu den Ereignissen aus dem kommenden Jurassic Film. Das sind auf jeden Fall so die Gedanken, die ich mir darüber gemacht habe. Gepaart mit Fan-Theorien, die da draußen herumspielen. Und es macht mir erneut unfassbar viel Spaß, jetzt schon Theorien anstellen zu können, die einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen in Chaos Theory und eben den kommenden Jurassic Filmen bilden. Achso ja, dass Brooklyn die Antagonistin ist, das glaube ich auf gar keinen Fall. Wir werden sehen, ihr Lieben. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Wie ist eure Meinung dazu? Habt ihr vielleicht noch andere Verweise, wo ihr sagt, Moment, das wurde auch sehr auffällig adressiert? Ich bin sehr gespannt drauf und freue mich dann jetzt auf die langsam anbrechende Zeit des Jurassic-Themas hier auf dem Kanal. Ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, das, was wir mit Godzilla Kong the New Empire gemacht haben, das wird genauso auch passieren hier auf dem Kanal mit dem kommenden Jurassic Film. Nur, dass ich bei dem neuen Jurassic Film dann eben nicht mehr so die Quellen habe, wie ich sie bei Godzilla Kong hatte. Aber das macht ja nichts. Dafür gibt es eben weitere Theorien, die wir spinnen können. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.